1 2 3 hallo ja blau ist voll geworden ich gehe in rot rein iron company ich nehme meinen hier oh man und gut flack hoch was ist das wow ping ok und spawne aus die hier überall ah ich brauche jetzt vernehm ich verteidige deine eigene wohin muss ich ich bin rot ich weiß schon Oha. Ähm. Hehehe. Ah. Ach. Okay. Oh Mann. Du Mann. Attacke. Hilfe. Ah. Kamerling. Ah. Ah. Attacke. Hilfe. Ah. Ist das wirklich Sprinten? Was kann ich hier machen? Au. 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 Alles klar. Hier. Du. Ohhh. Ha. Hau. Wie kann ich aufsammeln? Aha. Aha. Haha. Geil. OH İş bin fast tot. Naja egal. Da war ein Pferd. Wo ist das Pferd hin? Ah, die Ganglerie. Okay. Das war ein schnelles Verknügel. Naja, okay. Warum kann ich nicht mit Kacke werfen? Oh, das ist ein Pfeil. Ach, Mann. Ich hätte blocken sollen. Ach, ich muss warten, okay. Oh, Mann. Dieser Spawn-Killing. Ich bin ein Noob. Ich brauche Waffen. Ich brauche etwas. Wie kann man Sachen schmeißen? Waffen meine Schuhe. Aha. Oh. Attacke! Nein, nein, nein. Oh. Oh. Oh, das gab ich doch nicht. Oh Mann. Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja hier... Eine echt große Leistung, die ich da biete meinen Zuschauern, die nicht vorhanden sind. Da ist der Turm. Ich habe keinen Bogen. Ist da oben ein Bogen? Oder so? Kann ich da oben? Ja, kann ich. Ah. Nein, ich habe nichts. Nein, ich habe nichts. Sieh und irgendwie schyor journalists als Stっちゃungen. Wie warst du nur so glücklich? Was они da oben? Dann diejen, j Sarge! To glory! Attacke! Ja! Meiner, ich glaube es ist nicht mein erster Kill. Ah! Naja! Oh! Da habe ich was gesehen, ein Katapult tut oder so. Was ist das hier? Äh, war ich hier nicht ein Katapult tut oder so? Was war das? Oh! Oh! Haha! Ja! 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 Jetzt trocke ich das Feld! Ja! 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 Gut, das war mein Pferd! Ja! 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 Habe ich die schon geworfen? Da ist ein Katapult. Kann ich da etwas machen? Übrigens, wie sieht es denn hier mit den Tickets aus? Wann ist das Spiel eigentlich zu Ende? Wie lange dauert das? Hä? Selbstmord? Wie? Pfff, das ist doch... Was ist das? Selbstmord? War das Ding kaputtiert oder was? Mäh! Ah, das ist ja ein... Umschütze! Dankeschön! Au! Au! Ah, ich wollte gerade abwerfen. Mann... Mann... Mann! Mann! Entschuldigt, weil ich gerade ein bisschen schweigsam bin. Nur zwei? Nur zwei. Komm her du! Komm her du! Komm her du! Oh! Ah! 2.500! Oh! Das hat nur 11 Minuten gedauert! Okay! Oh! Ist hier nicht ein bisschen kalt? Ach komm, wenn alle hier die Kälte wollen, warum nicht? Ja, das war die erste Schlacht. Ich habe einen echt coolen Eindruck gehabt. Ich muss noch ein bisschen mehr rein kommen, was hier Angriff und Abwehr betrifft. Aber ansonsten ist es glaube ich wichtig, Hauptsache im Team bleiben. Vor allem, wenn man fast nackig herumläuft. Ja. Oh! Ich merke gerade. Ladebildschirm. Ja, das heißt dann wohl. Satz mit X, das wird jetzt nix. Das war die erste Runde Multiplayer Mordhau Frontline. Hat mir gefallen. Hat mir Spaß gemacht. Hihihi. Ich hoffe, es war unseltsam zuzuschauen. Ich hoffe, die Grafik war jetzt nicht so schlimm. Und es geht los! Ah, okay. Ich nehme diesmal Blau. Und ich nehme wieder diese Wale. Kann ich den bearbeiten? Kann ich hier was Neues kaufen? Äh. Nein. Eine Waffe. Wenigstens eine Waffe. Ah. Kurzes Schwert. Wenigstens ein Kurzes Schwert. Dann muss ich aber... Ah, 30 Minuten. Ach. Wisst ihr was? Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge.